ja hallo und ja willkommen zurück das hier funktioniert ohne personal das funktioniert auch ohne personal aber warum funktioniert das mit personal hier ich bin schon wieder pleite funktioniert einfach nicht ja das spiel funktioniert einfach nicht ja und jetzt aber das spiel funktioniert einfach nicht dieses spiel funktioniert einfach nicht technisch echt nicht so geil ich kann es eh nicht ändern am besten wir starten hier nochmal neu kann man hier einfach spiel neu starten man muss jetzt ernsthaft und das war nicht so schwer oder wie ich immer sage sicherheitsmaßnahmen und moderate mengen an spaß und aufregung sind zwei seiten der selben medaille wo man moderat spaß haben kann du hast sie erfasst so viel wenn ich nicht einfach szenario neu starten weil das wird überhaupt noch zu retten das ding steht sicher die beine aber auch dass sie mich raten so 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 wenn du diesen park nicht schleunigst aus dem schuldensumpf ziehst gibt es in nächsten monat um diese zeit nicht mehr mal nicht einfach auf standard zurücksetzen ich möchte gerne neu starten das muss funktionieren äh 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 ja ich habe so verloren aber ich verstehe nicht warum das jetzt nicht mehr funktioniert ich habe schon verstanden wie das funktioniert jetzt bleibt er hier stehen jetzt bleibt er hier stehen geht er benötigt benötigte geschwindigkeit jetzt ist zeit zum testen ich verstehe nicht ich verstehe nicht ich verstehe es beim besten will nicht wenn ihr gleich platt ist sein starten wir nochmal neu äh ich muss nicht immer noch nicht keule du musst da stehen ich verstehe es erstmal beim besten will noch nicht bleibt er hier stehen jetzt kann ich wagenscooter machen ah ich bin sowieso gleich pleite naja ich bin gleich pleite das ist normal hätte ich erst bauen müssen ich warte eigentlich nur darauf dass ich jeder wagen für sich wagenscooter ist eine beachtliche wasser okay alles klar funktioniert das okay was haben wir denn hier für gedanken ist ein getränke diese automaten ja diese automaten sind Katastrophe ich denke läuft super Souvenirs habe ich nicht du bist in der Miese sind alle in der Miese du bist ja nicht strahlendes Pendel Keule breite Achterbahn ist auch nicht eine breite Achterbahn breite Achterbahn 3 breite Achterbahn 1 das macht 4 Miese okay was sagen die Gäste das war ein Schnäppchen holen wir gleich einen Euro ja ich muss aus dem Miese raus ich weiß muss die erst bauen so werde ich erst mal nicht weiterkommen werde ich die erst mal wieder verkaufen na komm ich irgendwann aus dem Miese raus oder bin ich jetzt schon wieder pleite auf die Achterbahn das ist alles Käse jetzt sind Getränke läuft super oh oh Das ist jetzt auch im positiven Bereich. Plus minus null. Äh, ziemlich in Ordnung. Okay. Breite Achterbahn 3. Breite Achterbahn 1. Okay, die ist sehr beliebt. Die nicht. Werden sie anders bauen. Wir werden sie anders bauen. Okay. Dann hat Achterbahn 1. Müssen sie sein. Okay. Dann hat Achterbahn 1. Hier. Übersicht, Finanzen. Ich kann eh nichts bauen. Ich muss erst mal da raus, was miese bringt. Aber ich bin eh gleich sowieso fertig mit der Welt hier. Ich muss noch gleich noch Müll rausbringen. Mh, 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 aber okay. Spaß. Kann man aber nichts ändern, ne? Wartezeiten 0. Macht komplett miese das Ding, ne? Schau mal. Kann man irgendwie dafür Werbung machen. Ach, siehst du, so hatte ich das so schon. Ne. So nicht. Ne, 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 ne. Vielleicht kriegen wir jetzt da irgendwie Bisschen Geld rein. Oh, krass, das Ding ist aus. Äh, ja. Wo ist das Snack Automat? Was sagen die Gäste? Was sagen die Gäste nicht? Weißt du,'s nicht so gut. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Was sagen? Ohne Packschufe erreicht. Okay. Können wir vielleicht noch irgendwas reißen? Wahrscheinlich muss ich Achterbahn selber bauen. Hm. Nee. Ventabilität. Na denn? Feuer frei. Wir müssen irgendwas machen, um Geld zu verdienen. Okay. So. Stopps. Hier sind Parkrott. Okay, neu starten. Wir starten jetzt einfach mal neu. Ganz kurzes Ding machen wir daraus. Wir starten neu. Irgendwie ist hier ab einem gewissen Punkt der Wurm drinne. Wir gehen jetzt jetzt im Schnelldurchlauf durch, bis wir wieder an diesem Punkt sind. Okay. Okay. Strategie ist jetzt so starten. Enter. Immer. Okay. Hm. Es ist durchaus möglich. Okay, wir müssen den schlechten Ruf begraben. Blitzblank. Ähm. Ähm. Ikonische Fahrgeschäfte rausbringen. Ganz schön den Nahtor. So. Okay. Klingt gut. Einkommen. Blablabla. Okay. Okay. Ja, weiter. Okay. So, Leute. Äh. Ja. Einmal wieder kurz Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao. Ciao.